Hallihallo hier ist Matze. Ja ihr seht hier die Biene wie sie eigentlich angedacht war, dass sie bei Koya über das Twitch-Overlay fliegt. Das hat jetzt aus verschiedenen technischen Gründen so nicht geklappt, die so viel wir bis jetzt wissen ein bisschen mit OBS zusammenhängen und nicht unbedingt mit der Art der GIF-Animation. Deswegen zeige ich es euch hier auf meinem Kanal wie es hätte sein sollen und ja vielleicht werden wir die Biene aber auch in anderen zusammenhängen. Nochmal wiedersehen. Bis dann euer Matze.